Was gilt für a und b, wenn g von x identisch h von x sein wird? g von x ist gleich h für alle x, g von x ist gleich 3x und 2 bis 4x. h von x ist gleich in Klammer a plus b, weil x² ist in Klammer a plus 26x. So, in diesem Falle macht man einen sogenannten Koeffizientenvergleich. Das heißt, das was vor dem x² steht, muss bei beiden Funktionen gleich sein, genauso wie das, was vor dem x steht. Das ist das hier. So, das heißt, wir erhalten also hier zwei Gleichungen. Eine gelbe Gleichung und die gelbe Gleichung ist 3 gleich a plus b und eine grüne Gleichung und die grüne Gleichung ist 4 gleich a plus 2b. So, und jetzt hat das Problem ein Gleichungssystem erzeugt. Zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, die kann man zum Beispiel durchs Einsetzungsverfahren lösen, indem ich die Gleichung nach a auflöse und habe dann a gleich 3 minus b. Das setze ich hier ein und erhalte 4 gleich 3 minus b plus 2b. Das ist also nichts weiter als 3 plus b. Also ist 4 gleich 3 plus b oder b gleich 1. Jetzt weiß ich, dass b gleich 1 ist. Das muss ich hier oben einsetzen in die gelbe Gleichung. Dann erhalte ich 3 gleich a plus b. Das b war aber 1 und das kann ich nach a auflösen. Dann erhalte ich a gleich 2. Also für a ist 2 und für b ist 1. Oder andersrum, wenn ich das in das h von x einsetze, dann erhalte ich a plus b, also 2 plus 1 mal x Quadrat plus a plus 2b, 2 plus 2 mal 1x. Und wie man sieht, ist das offensichtlich das Gleiche. Das ist also dasselbe wie 3x Quadrat plus 4x. Das ist also das offensichtlich des Haltes.